so auf geht es in die dritte Runde aber die dritte Runde und ja darf ich 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 darf Ziele die Marines retten äh nein nein 5 4 3 Packsote 2 1 Boah gleich wird erstmal schön in Dattel Latte gefuttert die Jungen Evil erzähl mal von deinem wunderschönen Abend im GTA Online Modus Torte Haha ist dein Update schon wieder draußen? Ja das Update ist jetzt runtergeladen und dann musste ich noch mit ne dreiviertel Stunde durch diese hinterwärtige hier einleiten kämpfende Oh das ist nervig alter die mir alles klein erklärt wird was ich alles machen kann was ich ja davor auch gar nicht wusste wo ich angefangen habe wo ich angefangen habe mich zu zocken ja Schotty ne Schotty nicht ich wollte nur um Kumpeljoin einfach so ein kleines Ründchen zocken dann muss ich mich durch diese Scheiße da durchkämpfen weißt die Position der Marines die Hilfe absolut behindert dann machen wir das demnächst mal da habe ich aber jetzt gemacht bin durch aber dann konnte ich ihm nicht beitreten weil er in der Mission war ich konnte ihm nur zugucken dann habe ich gesagt ah ja komm dann steckt mich doch dann hat Halo Galo reingehauen guandet Galo ausолka Noooooo hat der scheiß Marine gerade den mythen voll in die Eier gezogen Wird euer Charakter auch gelöscht wie so bei vielen äh nö doch beim ersten mal ja aber mein beim ersten mal ja aber dann oh hier sind die Eliten hier sind die Eliten hier sind die Eliten aber mein mein Ersten mit dem habe ich nicht gespielt den habe ich nur erstellt Das Ding war mit 1.000 Genau den hab ich bestellt und dann Oh oh Als Entschädigung für das ganze Chaos hat doch hier jeder Spieler jetzt 500.000 bekommen oder? Ah das 500.000 Aufs Maul, das 500.000 mal aufs Maul bekommen Ja, eh eh, Geld sozusagen für GTA Online Nö, also ich hab nur meine 7.000 oder so Sicher? Ich hab gelesen, oder gibt es einen Jäger, ey Da sind Mann und Kolos Feierunterstützung Der seit Launch gespielt hat bekommt das Entschädigung für das ganze hin und her und für die ganzen Lags und Probleme 500.000 Okay, na muss ich gucken, ich weiß ja nicht ob sowas, wo man irgendwas gibt wo man sein Geld aufbewahren kann, Bank oder sowas Dann könnte das sein, dass halt da drauf ist Denk mal auf ein Bankkonto, da kannst es gibt ja so Geldautomaten Ah gut, dann muss ich da mal gucken Das kannst du auch mit dem Handy kannst du auch auf ne Bankkonto machen Ja genau, du kannst die App runterladen Oh, Alter, bei mir ist das aber richtig am Längen, ey Also ich hab die iFood App auf den Hip, auf mein Handy Ja, die gibt's halt nur für hier schwule Apple und so Ja man, ja man Nein, ich mein, du kannst im Spiel, im Spiel gibt im Spiel gibt's im Spiel gibt's, Alter Ja, im Spiel kannst du auf die mit deinem Handy auf die Bank zu greifen Richtig Besteh dich, Junge Es macht überhaupt keinen Spaß, wenn du anleckst Das ist aber so, all diese Steine zu klappen Ich weiß gar nicht, bei mir leckst du nicht, was habt ihr denn? Es hat sich das eingefallen Für dich ist es einfach Standard, Junge du meinst Das ist schon gar nicht mehr Bei mir leckst du nur, wenn ich mit irgendeinem von euch spiele Ich weiß nicht, warum das ist Boah, ich freu mich schon wieder, wenn ich in München bin, hey Immer zwei Tage zu Hause Der Elite haut grad die ganze Zeit auf die Marines ein Das sieht total toll aus Jetzt noch mal Buzi-Buzi-Muni, Kevin Wenn du mal irgendwas brauchst, oder so Ey, du bist gut Scheiße Fick du, Alter Fick du, Alter Fick du, Alter Alter Alter, der Elite unter... Munition, Alter, wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr denn her, wo er? Oder assoziere ich den nächsten? Aua, da kriegt er mich voll runter Wenn ich ihn assoziere Aber wenn keiner die Buzi zieht, dann hol ich sie mir jetzt Habe ich so'n großes Maul, mein Habe ich so'n großes Maul, mein Wir sind gar nicht Muni-Vorräter What do you want from me? Hey Hexor Gruppe 2 ist sicher, Commander Das sieht gut aus Grinsen Alter Scheiße, ich kam nicht mal annähernd ran, ey Schicken Sie den Jungs Hexor Gruppe 2 ist sicher, Commander Das sieht gut aus Grinsen Alter Scheiße, ich kam nicht mal annähernd ran, ey Ich schieße immer die ganzen Marine's vom Kopf irgendwie Endlich, ich bin durch Hervorragend gemacht Munition Give me Munition Alter, nimm dir die ganze Buzi-Muni oder was? Ey, es war nur eine scheiß Buzi da Dorten, was macht das Exfiltrationsteam? Ich brauche nur ne Stelle zum Landen Aber da unten ist die Hölle los Oh ja, sie haben die Dr. Crocs Great, great, great Aufgepasst, da kann dein Phantom Einfach draufholfen Da kommt er Da kommt ein Phantom Ein Hoch auf die deutsche Synchro Da kommt ein Phantom Da kommt ein Phantom Da kommt ein Phantom Meine Mama's Crimson Ja, weil der Horn ist, sonst muss er uns decken Ja, natürlich Da denk ich auch sofort, wenn ich an Phantom höre Dann werde ich sofort an das Phantom der Oper Sofort denk ich daran Oha Der scheiße E-Tat Mein ganzes Magazin Schottisch ist aufgehalten Aufgewärmt Was war das denn? Wie bin ich gestorben? Black Attack Der Überlative Bis der Impy dann mal eine bessere Leitung da hat Der Impy dann mal eine bessere Leitung da hat Da machen wir ne bisschen Infinity Shoudern beim Elf rocken Beschwer dich nicht Wir können ein bisschen Infinity Shoudern rocken Hier Ich kann den Impy vergessen Morgen bin ich auch wieder daheim Ja, wir auch Mein Kollege Wir sind auf dem Weg zu ihm Du darfst am Leiden küssen Ja, Arschloch Krieg dich Du musst das faszinieren Oh, da kommt einer mit Sperr Der Impy guckt die ganze Zeit zu Alter Das ist halt eh nicht so, dass wir online kommen Können Was? Boah Alles geht in die Luft hier Der nächste Zeit werde nämlich eh nicht so oft online sehen Boah, da schmeißen die einfach mal weg Ich glaub die haben nicht mal lassen am Zaun Was das Sowas darfst du nicht sagen, Alter Was machst du? Letzschaber Ja Ich bin jetzt im Der 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 Ich bin jetzt im Letztens in Mensch Okay Da bist du in München genau richtig ahí Er Man, schmeißt doch sich zu Mees Diesmal begangen habe ich mich mit meinem Kopf getroffen und er betreut mich auch und jetzt sind wir gerade auf Tieren im Sohn. Fert ihr jetzt mal aufbauen, die abzustauben, die ich gerade assassiniere? Das wäre ja von mir darblich. ALTER! Geh doch nicht an den, den ich gerade Warnshot gemacht habe. Zurück zur LZ. Oh, oh, Spartanlaser. Buzzy. Schön. Oh, gar nicht gut. Aus mit der Sprache. Freunde, die spawnen immer wieder nach. Oh, hier auch. Mehrere? Möglich fair ist das nicht. Die bräuchten weit mehr, um Crimson zu erledigen. Na, die hat's drauf, Junge. Die generieren immer wieder nach, ich kenne das oft. Wir müssen was positionieren. Fertig machen. Ich bin tot. Weg, du Affe. Come on. Death Gym Icon. Was, ich hab doch einfach mal einen Lufgang gedrückt. Scheiße, ich hab mich selber nicht aufgetan. Fuck, man. Haha, ich hab voll gegen die Wand geschossen. Need to. Juhu. Alter, da wurde einer gestackt, aber auf Fragen dieser Sonnenschein. Komm her. Tack genau, weg. Das war laughter. Jetzt hast du drauf, gib'ihm. Runen sie den! Nein! Boah! Hier oben sind ja ganz schön viele mit Schwertern. R Rugseed요der. Ja. Ich bin draußen draußen. Ich muss da ja ein Pronto runterbringen. Boom! Hey, ich lauf nicht mehr nach oben. Macht das schon. Haben Sie den Teil mit der Rettung vergessen? Granate! Crimson, auf zum Abzugspunkt! Hä? Wenn keiner überklebt, oder? Noo, was für ein Glitch! Hey, komm nicht rein! Lol, so sieht's also im Inneren aus. Pelican auf Station und bereit, Commander! Verstanden! Ja, ja, ich weiß. Das war's Crimson! Möchtest du darauf warten, bis ich da drin bin? Ich seh ja, ich hab grad das Innere des Pelicans gesehen. Das ist total toll. Den Chat löschen wir mal danach. Ja, das war irgendwie relativ unlustig. Ja, Spatenaufhalt, ne? Nichts, lekki. Aber immerhin gibt's gute EPs. Und der hat noch eine Foxaw. Supi! Wir haben jetzt schon wieder das fertig. Während man einfach so viel und so wenig EPs dafür hat. Und dann gibt's ja auch irgendwie zwei Neun oder die ganze Zeit gekriegt. Ich hab's ja tatsächlich wesentlich mehr. Aber na gut. Okay. Okay, bedanke ich mich fürs Zusehen, oder auch nicht, und ihr dürft auf was gespannt sein, das will ich jetzt mal kurz nur mal als Information raushauen. Mit den drei Personen da unten und mit mir gibt es noch eine andere Variante, die wird demnächst hochgeladen, wenn der Rappi und der Impi sich mal beeilen. Aber komm, jetzt lassen wir uns extra Zeit. Und ja, hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss. Und ja, hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online.